Das Queer-Lexikon ist eine Online-Anlaufstelle für queere Jugendliche und ihre Angehörigen. Wir haben eine Webseite www.queer-lexikon.net. Dort stellen wir Informationen für Jugendliche zur Verfügung zum Thema Queer und zum Thema Feminismus. Also wir haben zum Beispiel einen queeren Kümmerkasten, wo man uns anonyme Fragen schicken kann, die wir beantworten. Wir haben für jede queere Identität eine Seite, wo man Informationen findet und weitere Links findet und uns auch Fragen stellen kann, spezifisch zu bestimmten Themen und Identitäten. Ansonsten produzieren wir mehrere Podcasts, mehrere Videopodcasts, um genau zu sein. Der erste heißt Buchstabensuppe. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge über Konsens. Was genau ist eigentlich Polyamorie? Wie können polyamoröse Beziehungen aussehen? Und was ist eigentlich Mononormativität? Wir haben noch einen Podcast, der heißt Queer gefragt. Da setzen wir junge, queere Leute für eine Kamera und sie erzählen ein bisschen über ihre Coming-out-Geschichte aus ihrem Leben und welche Erfahrungen sie so gemacht haben. Ich bin der Adrian, er, und identifiziere mich als Transmann. Ich heiße Alexandra. I don't know. I think... Tschüss. Tschüss. Ohne dass ich Faxen mache nebenher. Du darfst gerne. Ja, und wofür... Ja, und wofür... Ja, und... Pst!